Hallo, hört ihr mich? Ja, ihr hört mich, genau, hallo. Endlich neue Weihnachten! Zeit für Jahresrückblicke, für Weihnachtshows, für Liebe, für Geschenke, gute Vorsätze. So viele Weihnachtsfeiern in der Firma, in der anderen Firma, der die Zimmer spielt zu kurz. Wir haben die Lösung. Jahresrückblicke, Weihnachtsshow, eine Milliarde Geschenke, weihnachtliches Netzwerk. Hi, na? An einem Ort, an einem Abend, an einem Tag. Es gibt natürlich auch mich, den Weihnachtsmann. Wow, die auch alle schön nice. Wir wählen die nice-este Initiative der Welt. Also, am 12. Dezember, kommt alle. Wir zeigen dem Herz die eiskalte Schulter. Klickt auf Zusagen oder interessiert mich, bis dahin bleibt nice. Yeah.